Hallo und herzlichst Willkommen zurück zu Let's Play Football Tactics and Glory mit mir, dem Tobi. Vielen Dank fürs Einschalten, falls es irgendjemand tut oder getan hat, wie auch immer man es sieht. Aber unsere Leute sind nicht mehr ganz so sehr im Arsch. Das ist erfreulich. Hast du was an deinen Verteidigungs-Skills gemacht? Ja, hast du. Oh. Oh. War das HH oder was? Das sah original aus wie ein HH. Da du es verbockt hast, darfst du es auch nicht in die Mauer stellen. Ähm, Leute, das sollte eigentlich nicht passieren. Dankeschön. Immerhin etwas. Und jetzt gleich müssen wir kontern, man. Wir können aber jetzt nicht hier die ganze Zeit verlieren, man. Wie soll denn das aussehen? Leffler, Nuss, Brander. Ja, Mann. Jetzt drück den weg. Jawohl. Drück den auch weg. Verdammt. Dankeschön. Ey. Ne, mach das mal nicht. Komm, jetzt lass ich mich ausboden hier. Langer Pass. Kontrolle, Ball halten, los. Näh, da ffffaaank. Ey, komm schon, Mann. Das kann doch jetzt nicht die ganze Zeit so weitergehen. Das ist doch ein Witz, ey. Jetzt lass dir doch nicht ständig den Ball abnehmen, Mann. Was soll denn der Scheiß? Los, weg damit. Vor allem soll der sich mal aus so einem Strafraum verpissen. Was soll denn der Scheiß? Oh, Mann. Oh, Mann, jawohl. Ey, komm schon, Knippel. Jetzt lass dich nicht hier die ganze Zeit verarschen, ne? Baller raus! Brrrr! Was soll denn der Scheiß? Ey, komm jetzt, lasst euch nicht ständig's ausspielen. Der Typ hier fängt das ständig ab. Schroter. Boah, ich hatte so Panik, dass der den jetzt wieder rumlackt. Halbzeit. Okay. Okay, okay. Jetzt sind wir... Anzug. Okay. Du da hin. Du da hin. Du Ball halt. Komm, jetzt lass dich nicht von klug natzen. Jawohl. Sehr gut. Komm schon. Jawohl. Hm. Dann lässt er sich wieder den Ball abnehmen. Ja, aber auch. Komm schon. Kontrolliere den Ball. Jetzt steht der da. Da bringt der mir nichts. Schön, tja. Das kann doch jetzt nicht schon wieder... Nee. Komm. Alle drei. Der nutzt alle drei. Ach du Kacke, ey. Ey, Roche. Hol dir den Ball bitte. Danke. Na komm, was soll schon schief gehen. Meine Fresse, ey. Der Ball muss hier vorne bleiben. So, und du kontrollierst jetzt den Ball, oder? Knockt den doch einfach wieder um. Kein Ding. Bauen wir auch nichts. Jetzt kontrolliert der den Ball. Elfmeter schießt's. Ach nee. Oh. Jawohl. Nein. Jawohl. Okay. Okay. Jawohl. Jawohl. Ja! 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 Alter Vater, ey! Oh! Nee, warte mal! Ja, komm doch! Ja, komm doch! Oh, fuck! Ich hab diese Spieler vertauscht! So war das doch! Ich hab's echt Wilhelm noch spielen lassen! Oh, das ist doch voll dumm! Ja! Aber der ist schon... Oh! Jo! Jo! Wie der Schilderstand da! Oh! Ja! Den hat sich doch geholt, weil... ...wir dann immerhin noch ein... ...bald noch einen, ne? ...Hilfeldspieler haben! ... Hallescher FC gegen die dritte Liga! ... 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 ganz so gut das war leider klar nach außen der hat den langen passen egal die machen einfach nix ja mit 40 und 3 dann machst du einfach nisch schade der liebe ist dran jetzt lass dich doch nicht aus deinem raum drängen nein lass das mal platztasch jakobs natürlich lässt du dir wieder ne mal abnehmen und das aus deinem raum drängen ja 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 ... ... ... ... Jetzt nimmt er den Wasch ab. Da hätte er jetzt zum Beispiel. Wenn man den Ball nicht kriegt, wird das nichts. Mal schauen, Mendelssohn. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Du bist nicht auf deiner Position. Jetzt bist du wieder auf deiner Position. Mal schauen. 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 Alter. Jetzt hab ich die schon wieder falsch oben aufgestellt. Okay. Ja, ja. An dieser Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, geht ein Daumen auf, hinterlassen wir uns und die Kritik. Ich hoffe, die Folge ist lang genug geworden. Ich hab keine Zeitgefühle. Bis zum nächsten Mal. Hotline. Ciao.